Hi Leute, ja, willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Nach meinem letzten Manga-Update ist ja jetzt wieder mal nichts gekommen. Mir fällt momentan auch nicht wirklich viel ein, was für Videos ich machen soll, aber das ist nun auch egal. Nun, das ist so gesehen eine neue Version von den Anime-Stream-Seiten. Einige wissen es, einige nicht. Ich habe einmal ein Video gedreht. Und da habe ich auf meinem Smartphone so gesehen die Anime-Stream-Seiten gezeigt, die wir so heute hier in Deutschland haben. Und ja, es war natürlich jetzt nicht so schön mit anzusehen auf einem Handy, weil es ja irgendwie scheiße ist. Und deswegen ist es so gesehen eine neue Version von dem alten Video mit den Anime-Stream-Seiten. Ich werde euch die Seiten jetzt nochmal genau zeigen und ich werde dann noch zwei andere Seiten zeigen, aber die kommen dann halt am Ende. Ich werde jetzt gleich in Internet gehen und die Seiten halt bei Google einfach eingeben. Da könnt ihr das genauso machen. Ist, denke ich, auch einfach, denn das Video mache ich auch nicht umsonst. Und zwar, äh, es gibt da immer wieder diese, äh, extra Nachfragen. Also ich habe das Video zwar gemacht, habe dann auch gesagt, ungefähr wie das dann abläuft mit den Anime-Streams und so. Manche kommen damit anscheinend immer noch nicht klar. Ich bekomme ständig, wirklich ständig Nachrichten zum Beispiel, wie die Frage, die kommt ganz oft, ähm, Ähm, ist das legal? Äh, zum tausendsten Mal, ja, es ist legal. Es ist überhaupt nicht verboten, Animes im Internet zu gucken. Es ist nicht so wie bei Filmen, die halt so im Kino laufen. Das ist bei Animes ja was völlig anderes. Und Animes, die halt bei uns in Deutschland rauskommen, die werden aus den, ähm, Streamen oder sogenannten Anime-Seiten einfach rausgenommen. Dann braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Ansonsten kauft euch doch einfach die DVD, wenn ihr es, äh, in Deutsch unbedingt sehen wollt. Ähm, ich empfehle es aber unbedingt nicht in Deutsch zu gucken, finde ich. Also ich finde es meistens furchtbar. Ähm, egal, das ist eine andere Sache. Und, ja, so, ich beginne dann am besten auch mal, äh, ach ja, nochmal zu den Fragen. Also es war einmal das, äh, ist es legal oder nicht? Und dann bekomme ich ständig, äh, irgendwie immer so Fragen von Leuten, die anfangen wollen, Animes zu gucken, wissen aber nicht genau, wo sie suchen sollen oder wie sie gucken sollen. Also einige haben wirklich richtig heftig Probleme, Animes zu gucken. Also es ist eigentlich völlig einfach. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Egal, deswegen mache ich dieses Video. Es ist ein kleines Tutorial, sage ich mal so. Und wir beginnen dann jetzt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ihr könnt auch alles sehen. Und es kann sein, dass es vielleicht mal hängt. Aber das liegt dann auch wiederum an meinem Internet. So, volle Verbindungen. Und wir gehen dann mal auf Google Chrome. Das ist momentan bei mir so schnell. Ich weiß auch nicht. So, die erste Seite, die ich euch gerne zeigen würde, ist einmal, genau, Anime Proxa. Hier oben steht's. Ihr braucht im Internet eigentlich nur proxa.me eingeben. Und ich gehe jetzt mal eben auf die Startseite. So, die sieht einmal so aus. Sehr schön, ne? Ja. Äh, ich bin auch auf der Seite hier angemeldet, wie man sehen kann. Wenn ihr mich vielleicht mal suchen wollt. Mit Mika-Chan. Das ist eigentlich, kann ich ja auch gerne klar drauf gehen. So, äh, ihr könnt euch Anime Proxa auch als App runterladen. Hier unten sind die, 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 äh, links dazu. Müsst ihr einfach nur drauf gehen. Kann ich nur empfehlen. Und ja, dann beginnen wir jetzt mal. Also die Startseite ist eigentlich recht einfach. Äh, hier oben ist eine Leiste, die ihr, denke ich, am meisten benutzen werdet. So, ihr müsst dann einfach hier oben auf Anime klicken. Dann seid ihr eigentlich schon hier bei dem Anime. Ähm. Äh, ja, was ist das, äh? Hier in dem Ganzen. Äh, egal. Ihr seid jetzt hier bei dem Anime. Okay, so. Ihr könnt auch Filme gucken, OVA's oder Hentai's. Hentai's, da müsst ihr, äh, 18 sein. Ist klar. Wer jetzt noch nicht weiß, sind so die Sachen für die, äh, wie gesagt, am 18, ne? Äh, OVA's, Specials und Movies ist auch klar, denke ich. Also es sind hauptsächlich nur Anime-Filme. Ähm. Es gibt auf den Anime-Stream-Seiten auch Asia-Filme. Also, das heißt von ganz Asien Originalfilme. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Jetzt könnt ihr ja unten bei den Buchstaben eigentlich schon aussuchen, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, ähm, boah, was nehme ich denn jetzt? Ich gehe mal auf Y. Ja, ausrechnet Y. Da ist jetzt, denke ich mal, äh, doch eine Menge. Egal. So, wir gehen jetzt mal... Also ihr seht, bis vor ich auf dem Anime klicke, ihr seht diese kleinen Bücher hier, ne? Die haben eine kleine Bedeutung. Die Zun-Bücher sind, äh, heißt einfach nur, dass die Anime schon abgeschlossen wurden. Das heißt, die sind voll ständig hochgeladen worden. Äh, dann gibt's die hier, die mit diesem X, ja, die wurden abgebrochen. Das sieht man nicht gerne, wenn man zufällig sowas gerade guckt. Und dann gibt's einmal diese offenen. Das heißt, die sind noch nicht vollständig, werden aber noch so gesehen bearbeitet oder hochgeladen. Ist eigentlich ganz praktisch. So, ähm, ganz rechts habt ihr die Sprache und, äh, Untertitel. Das ist auch ganz gut. Also eigentlich ist es beides Untertitel. Da, zum Beispiel, ist nur englischer Untertitel, jetzt deutsch und englisch. Und dann haben wir hier die Bewertung. Wir gehen jetzt mal auf, äh, Yokel Watch. Das ist ein Anime, den ich momentan sehe. Ist, äh, sehr putzig und witzig. Ähm, ja, und hier rechts seht ihr nochmal die sogenannten Sachen, die in diesem Anime drin vorkommen. Ähm, ich klicke jetzt drauf und dann seid ihr eigentlich schon hier auf der Seite. Hier ist, äh, was ich ganz schön finde, ist das FSK. Das haben die mal eingerichtet. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ja, und manchmal stehen hier auch so Sachen wie, zum Beispiel, enthält Gewalt, Angst, äh, oder Drohung oder sowas irgendwie. Aber jetzt ist das bei dem nicht so. Ansonsten habt ihr hier alle Infos, die ihr braucht. Und dann müsst ihr hier oben einfach nur auf Episoden klicken und dann habt ihr das schon. Ja, man sieht, ähm, 15 Folgen habe ich schon gesehen. Und das finde ich hingegen auch schon wieder richtig kacke hier. Es werden nicht alle Folgen hochgeladen. Und hier im Englischen eigentlich auch schon fast nicht mehr. Also ich muss mir die ohne Untertitel ansehen. Ist bei mir aber nicht so das Problem. Äh, ich müsste jetzt einfach mal hier Gelsab auf dieses grüne Button-Ding drücken. Und dann könnt ihr hier den Stream gucken. Ja, manchmal sind hier auch mehrere Streams halt. Die könnt ihr dann einfach anklicken und dann gucken, welche euch besser gefällt oder welche besser lädt. Das ist jetzt eure Sache. Ja, und mehr ist das hier eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein Profil. Das wollte ich euch ja eben zeigen. Ja, das bin ich. Ich bin jetzt seit 2010 angemeldet. Und, ja, das ist so mein kleines Profil hier. Wenn ihr mich mal enden wollt oder so, habe ich kein Problem mit. So, gehen wir nun auf die nächste Seite und zwar Randares. Ihr müsst dann einfach nur randares-anime.net eingeben. Dann seid ihr auf dieser verwirrenden Seite. Ja, am Anfang, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das war auch vor ein paar Jahren, da war ich auch ein bisschen verwirrt. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht so schlimm, denn hier habt ihr sofort eine Leiste, wo ihr draufgehen könnt. Buchstaben. Oder ihr geht hier auf dieses grüne Kästchen und dann hier Anime-Liste. Ich gehe jetzt mal hier auch wieder auf den Buchstaben und dann habt ihr hier schon eigentlich den Ausgleich wie gerade eben mit kleinen Bildchen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme jetzt einfach mal das erste. Ist ja völlig wurscht. Was auch immer das ist, ich kenne es nicht. Sieht dabei sehr gut aus. Ja, hier Info und alles. So, dann habt ihr hier diese Leisten. Gersab. Ach ja, stimmt ja, das wollte ich noch sagen. Die jetzt nicht wissen, was der Unterschied zwischen Gersab und Dab ist. Gersab ist Untertitel und Dab ist immer halt Sprache, wie sie gesprochen wird. Und ihr müsst dann halt immer auf Gersab gehen. Dann findet ihr hier auch schon die Folgen. Ich gehe jetzt mal auf die erste. Und ja, auf der Seite ist es so, ihr müsst immer diesen blöden Code eingeben, um eine Folge zu gucken. Wenn ihr aber auf die zweite Folge rüber wechselt, müsst ihr das nicht mal machen. Das heißt, ihr müsst es nur am Anfang einmal machen und dann könnt ihr ununterbrochen Animes gucken. Ja, das ist schon die Seite. Also eigentlich ganz einfach. So, gehen wir nun auf die nächste Seite. Da geben wir oben jetzt einfach mal ein und zwar Elite Anime. Bei mir ist die Seite schon. Aber ich gebe jetzt hier nochmal Elite Animes ein und dann seht ihr, ihr könnt es auch bei Google einfach nur Elite Anime eingeben. Da findet das sofort. Klickt mal eben drauf und da sind wir auch schon. Ja, auf der Seite bin ich auch angemeldet. Kann ich ja mal eben machen. Wenn man sehen kann. Ganz klein. Ja. Ja. Wir sind jetzt hier auf der Startseite. Ein paar ausgewählte Animes. Momentan Top. Filme, Serie. Ist auf jeder Seite völlig unterschiedlich. Und hier sind kleine Buchstaben, wo ihr wieder drauf gehen könnt. Zum Beispiel gehen wir auf O. Wie Opa oder so. Mir fällt jetzt irgendwie auch nichts besseres ein, ne? Ja, dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den hier. Einer meiner absoluten Favoriten, wie man das auf meinem YouTube-Kanal sehen könnte. Ja, hier steht eigentlich auch alles über diesen Anime. Und hier sind die Streams. Und da haben wir jetzt die ganzen Folgen. Und hier müsst ihr auch wie immer diesen Code eingeben, was ich weiß, das ist sehr nervig beim Anime gucken. Ich weiß nicht, ob das auf der Seite auch so ist, dass man den immer eingeben muss. Denn hier drauf gehe ich eigentlich sehr selten nur noch. Aber trotzdem haben die eigentlich alles, was man gucken möchte, wenn... Boah. Ist eigentlich recht reichlich. Und jetzt kann ich euch mal eben mein Profil zeigen, das momentan ein wenig eingefroren ist. Ist nicht wirklich viel. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder. Ja, und hier so meine Top-Animes. Also es sind eigentlich immer gemischt. Dann sind hier Besucher, die bei mir drauf waren auf meiner Seite und haben ein bisschen gestalkt und so. Und ja, ist ja völlig normal, ne? Ja. Man kann sich auch eine Anime-Liste erstellen. Das kann man auf Anime-Proxy auch. Muss man nicht. Ich mache es. Ich bin nämlich sehr ordentlich bei sowas. Schlimm, schlimm. Ich weiß. Ja, nun gehen wir auf die nächste Seite. Und zwar gibt ihr dann einfach ein... Muss man eben nachdenken. G-E-N-X-Anime. So nenne ich den immer. Also die Seite gibt es jetzt schon seit... Boah, ich weiß nicht. Ziemlich lange. Ich habe die früher immer benutzt. Dann war sie für eine Zeit weg. Jetzt will er das hier übersetzen. Das will ich aber nicht. Auf. Boah, ich hasse das. Ähm, egal. Ja, die Seite, wie gesagt, gibt es sehr lang. Die ist aber sehr einfach. Wir haben hier rechts die Sachen, die wir auswählen können. Hier auch wieder Hentais. Und hier, das meinte ich mit Asien. Das sind heißt... Das heißt eigentlich nur, es sind richtige Filme aus Asien. OVA Special Film und Serien. Wir gehen jetzt mal auf Serien. Das ist ja so das Ziel. Eintisch das Videos, wie man darauf geht und was man hier macht. Und dann habt ihr hier eigentlich schon die Komplettliste. Oder ihr sucht euch wie immer ein Buchstaben aus. Ich nehme mal wieder irgendein. Diesmal ist es U. Und da haben wir jetzt nicht wirklich viel. Jetzt nehmen wir mal Uta no Prince Summer. Das habe ich auch schon gesehen. Ist eigentlich ganz cool. Infos. Beschreibung. Hier sind die... Streams. So, ihr könnt die halt jetzt hier auf diesen beiden gucken. Oder ihr ladet euch die Folgen runter. Meistens funktioniert das gar nicht mit dem Download. Finde ich ziemlich doof. Das liegt manchmal aber auch an der ätzenden Werbung. Weil Werbung ist echt immer überall. Mann ist das schwer. Das kann ja sche... Boah. Okay. Das war Werbung. Okay. Ich denke die Seite ist klar. Geh dann jetzt mal hier raus. So. Jetzt... Ja okay. Hätte ich auch die ganze Zeit so machen können. Oh, ich hasse es, wenn diese Werbung kommt. Kennt ihr das? Wie gerade eben Werbung kommt und dann hört ihr irgendwas und dann erschreckt ihr euch. Furchtbar. Ja nun. Ähm. Gehen wir nun auf Anime Loads. Das ist eine auch sehr, sehr bekannte Seite. Denke ich mal auch nicht schwer zu merken. Anime Loads.org. Die lädt jetzt ein bisschen. Ich hoffe es kommt jetzt nicht wieder Werbung. Ich hab mich echt geschrocken gerade. Furchtbar. Ich hasse das. Oh. So. Ähm. Ja. Es lädt jetzt hier eigentlich nur ein paar Bilder. Ihr müsst eigentlich nur hier auf Media gehen. Und dann auf Serien. Die haben natürlich auch noch mehr. Aber ihr geht auf Serien. Ja. Ist klar, ne? Ja. Und hier haben wir dann ein paar Buchstaben. So. Die suchen wir jetzt auch mal wieder irgendwas raus. Lulululö. G. Okay. G. Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Doch. Hier haben wir zum Beispiel ein. Ist eigentlich genau das gleiche Theater hier. Hier steht jetzt nur das Ja mit dabei. Was ich ganz cool finde. Wir gehen mal drauf. Und dann haben wir auch wieder hier alle Infos, die wir brauchen. Inklusive Folgen. Ja. Hier steht jetzt Download und ST Stream. Ist natürlich klar. Wir wollen es jetzt nicht runterladen. Wir gehen jetzt mal auf Stream. Und dann könnt ihr euch hier die Folgen einfach ansehen. Ja. Mehr ist es auch nicht. Also wenn ihr auf Stream geht. Ihr klickt jetzt auf Ein. Dann kann sein, dass die Werbung kommt. Dann müsst ihr halt warten. Und dann klickt ihr die weg. Das steht dann aber eben wo. Weiter oder so. Oder halt Werbung überspringen. Bei mir war das so, als ich das erstmal so eine Werbeseite. Also wo ich das erstmal so drauf ging. Klickt drauf. Und ich so. Wo ist der Stream hin? Der war nicht da. Und ja. Da musste ich eigentlich nur die Werbung wegmachen. Und dann war der Stream später da. Das darf man natürlich nicht vergessen. Oder sollte man nicht einfach so wegmachen. Das ist nämlich echt doof nachher. So. Gehen wir nun wieder zurück. Okay. Doch. Macht er. Ja. So. Jetzt kommt noch eine deutsche Anime-Seite. Und dann zeige ich euch noch zwei englische Seiten. Und zwar haben wir nämlich noch Pur Anime. Eine Anime-Seite, die es auch schon länger gibt. Und die sehr verwirrend ist. Wie man sehen kann. Ja. Also auf der Seite könnt ihr sofort hier auf diese Leiste gehen. Anime A bis Z. Ja. Jetzt kommt hier Werbung. Die will ich eigentlich gar nicht im Video haben. Aber was soll ich machen, ne? So. Dann klickt ihr hier auf den Buchstaben. Ja. Bisschen warten. So. Bin ich jetzt auf D gegangen, ne? Ja, okay. So. Jetzt haben wir hier auch wieder ein paar Animes. Mal gucken. Davon kenne ich eigentlich jetzt nur die Greyman. Die an Angel. Ansonsten nix. Gehe ich jetzt mal einfach auf einen drauf. Und dann haben wir hier Infos. Inklusive Trailer. Beschreibung. Und hier könnt ihr euch downloaden. Und hier sind die Streams. Ich klicke mal auf einen drauf, wenn jetzt keine Werbung kommt. Und dann habt ihr hier oben verschiedene Stream-Versionen. Oder ihr benutzt den Player, der hier gerade ist. So gesehen ein eigener Player von denen. Finde ich ganz lustig. Und ja, funktioniert dadurch auch. So. Wir haben jetzt endlich die deutschen Seiten geschafft. Ich hoffe, dass ihr mit den deutschen Seiten klarkommt. Und an die Leute, die mir deutsche Anime-Stream-Seiten neue geschickt haben. Einige haben mir aber hier gepostet. Finde ich echt nett von euch. Danke, danke. Weil die haben mir ein bisschen weitergeholt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Trotzdem benutze ich hauptsächlich nur die, die ich jetzt gezeigt habe. Weil zu viele sind erstens nicht gut. Und ich komme dann völlig durcheinander. Außerdem sind die vom Hochladen her eigentlich fast alle gleich schnell. Und ja, kommen wir nun zu den zwei Letzten. Es kann mal passieren, dass auf den deutschen Anime-Stream-Seiten nicht alle Animes hochgeladen werden, wenn überhaupt hochgeladen oder überhaupt gepostet werden. Dann gibt es die einzige Möglichkeit, auf englischen Stream-Seiten Animes mit englischen Untertiteln zu gucken. Die es halt auf den deutschen nicht gibt. Und da gibt es zwei Seiten, die ich persönlich sehr gut finde. Zum Beispiel haben wir GoGoAnime. So, da sind wir auch schon. Da, da, da. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Gehen wir jetzt einfach mal auf die Seite. Und dann sind wir hier schon auf GoGoAnime. Das ist eine englische Stream-Seite. Hier haben wir zum Beispiel so die aktuellen Sachen, die gerade laufen. Finde ich auch ganz cool. Und dann... Ja, es ist das hier übersetzt worden. Das sieht sich ja doof an. Auf die Anime-Liste. Also eigentlich haben die jeden Anime, den man hier wirklich gucken kann. Wirklich jeden. Und jetzt lädt das hier. Ja, ich hasse, dass ich weiß. Ihr auch bestimmt, ne? Jetzt gehe ich nochmal zurück. Stopp. So. Jetzt habe ich die Seite einfach angehalten. Ähm... Ja. Wir können jetzt hier bei... glaube ich, hier keine Bilder gucken. Nein. Müsst ihr einfach so meinen Namen gucken. So, ich nehme jetzt mal... Is the world. Is the... Ja. Ja, ihr habt hier kurze Beschreibungen in Englisch. Und hier sind auch schon die Episoden. Ähm... Ja, wie man sehen kann, die haben alles. Ich schiebe jetzt mal auf einen drauf. Die Specials sind auch schon mit drin in der Liste. Also die... Wenn man jetzt auf dem Anime klickt, klickt man gleichzeitig dann auf die kompletten Sachen, die es von diesem Anime halt gibt. Das heißt Specials, OVA, so diese ganzen Sachen. Und hier sind dann auch schon die Streams. Ja, es gibt eigentlich immer nur diese Player hier. Aber funktionieren tun sie meistens. Also eigentlich kein Thema. Ja. Ja. Schon mal zu der Seite. Jetzt kommen wir zur nächsten und letzten Seite. Und zwar Anime44. Klicken. Und... Da sind wir auch schon... Die ist eigentlich genauso, finde ich. Und hier sind auch Buchstaben. Da könnt ihr drauf gehen. Ich klicke jetzt mal auf F. Und ich will das ja auch für zu übersetzen. Ähm... Ja, hier haben wir dann sofort große Bilder. Das ist echt cool so. Da kann man mal gucken, was es hier noch so alles gibt. Infos stehen dann gleich direkt daneben. Und... Ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Anime, der auch eigentlich schon längst lizenziert ist. Klar, den kann man dann auf bestimmten deutschen Streamseiten dann auch noch mit englischen Untertiteln abgucken. Aber die meisten werden erst gar nicht hochgeladen. Wie zum Beispiel Flint Hammerhead. Den kennt man noch aus dem Fernsehen von damals. Zum Beispiel diesen, äh, sogenannten Anime hier. Finde ich auf einer deutschen Streamseite überhaupt nicht. Zum Beispiel könnten wir jetzt den hier gucken. Was ich echt cool finde. Ähm... Den hab ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Und da kann man sich die halt ganz chillig ansehen, ne? Weil die meisten Sachen findet man wirklich gar nicht mehr. Zum Beispiel kennt ihr den Anime Monster Ranger noch, der früh auf RTL 2 lief. Der zum Beispiel, den findet man fast nirgendswo. Hier würde man den, glaub ich, sogar noch finden. Und ja, hier guckt man den sich halt auch einfach chillig an. Sogar mit Untertitel original in japanisch. Das finde ich ganz toll auf den Seiten. Das ist nämlich alles japanisch, nur halt mit englischen Untertiteln. Manche versteht man, manches halt nicht. Muss man halt selber wissen. Joa, das war's eigentlich auch schon. Von meinem kleinen, sogenannten Verbesserungsupdate von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und ich hoffe, dass ihr jetzt besser auf Anime-Streamseiten klarkommt. Ich werde die Seiten nochmal verlinken. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt den meisten helfen konnte. Und dass ich, oder dass einige jetzt anfangen wollen, Animes zu gucken. Und ununterbrochen im Internet gucken. Also man kann's ja wirklich ununterbrochen wirklich tun. Man sollte es am besten nicht. Diese Anime-Marathons mache ich zwar auch, aber nachher ist es dann wieder alles vorbei. Was ich dann immer so traurig finde. Wenn Anime so toll ist und dann zu Ende. Ja, ist scheiße, ich weiß. Okay. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal sehen, was für ein Video nächstes Mal kommt. Ich weiß es noch nicht. Und ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren noch ein paar Anime-Streamseiten schicken. Wäre sehr nett. Vielleicht präsentiere ich die nochmal. Und ja, das war's von mir. Und sage bis zu meinem nächsten Video.